Manuka-Öl Manuka-Öl ist eine Form des Teebaumöles. Manuka-Öl ist das neuseeländische Teebaumöl, manchmal auch bezeichnet als das milde Teebaumöl oder das Teebaumöl der Maoris. Wenn man von Teebaumöl spricht, ist dabei typischerweise das australische Teebaumöl gemeint, also das Öl von Melaloica alternifolia. Währenddessen Manuka-Öl ist das Öl, das gewonnen wird aus der Manuka-Pflanze. Und dieses Öl ist eben das ätherische Öl des Manuka-Strauches. Das Öl ist farblos bis hellgelb, es ist alkohollöslich und wasserlöslich und es hat viele Heilwirkungen, ähnlich wie das australische Teebaumöl. Der Manuka-Strauch ist zusammen mit den australischen Teebaumgewächsen auch ein Teil der Myrtengewächse. Manuka-Strauch wurde in ursprünglich Neuseeland angebaut, wächst aber heute auch in vielen anderen Regionen. Manuka-Öl hat eine hohe Wirksamkeit, zum einen bei der Haut und zum anderen auch bei Darmbeschwerden. Manuka-Öl kann man verwenden bei Zahnfleischentzündungen. Man hatte früher aus den Blättern des Manuka-Strauchs Tee aufgebrüht und der hat sich hilfreich erwiesen bei Magen- und Darmbeschwerden. Man kann aber auch bestimmte Manuka-Öl-Präparate verwenden gegen Bakterien aller Art. Manuka-Öl kann man auch verwenden auf der Haut und dabei kann man, das kann hilfreich sein bei Akne, bei Nagelpilz und bei anderen Hauterkrankungen. Manuka-Öl enthält sogenannte Sesquiterpäne und diese wirken entzündungshemmend und auch antiallergisch. Bei den Mauris zählte Manuka zu den Wundermitteln und dabei wurde auch das Manuka-Öl verwendet als Nerventonicum und sollte von Anspannung befreien. Manuka-Öl kann auch verwendet werden als Massage-Öl gegen Muskelkater und Verspannungen und auch bei juckender, gereizter oder geröteter Haut wird in Neuseeland gerne auf das Öl des Manuka-Strauches zurückgegriffen. So hat also Manuka-Öl verschiedene gute Eigenschaften. Man kann es verwenden innerlich, man kann es äußerlich verwenden, man kann es verwenden als Massage-Öl und vielem anderen. Allerdings muss man wissen, dass ätherische Öle immer auch hautreizend wirken kann und so sollte man vorsichtig sein und sollte sich vorher noch erkundigen, wie man Manuka-Öl verwenden kann. Gerade wenn es um Heilwirkungen geht, sollte man den Rat eines Arztes oder Heilpraktikers zu Rate ziehen. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, sind eben die traditionellen Verwendungen in Neuseeland und bei vielem gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien dazu. Ja, aber Manuka-Öl könntest du in Betracht ziehen für Hauterkrankungen, für entspannende Massagen wie auch für eine gesunde Verdauung. an, das ist ganz nett und wird das auch noch ganz gut genießen.